Matthäus 24, Abvers 37. Aber gleich wie es zu den Zeiten Noas war, also wird auch die Zukunft des Menschensohnes sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zur Arche einging, und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahmen sie alle dahin, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Darum wache, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn das Menschensohn wird kommen, zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe. Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, mein Herr kommt noch lange nicht, fängt an zu schlagen, seine Mitknechte isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr des Knechtes kommen, an dem Tage, da er sich's nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht meint. Und wird ihn zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Soweit zuvor die Schriftlesung. Ihr Lieben, wenn wir heute Abend noch einmal über dieses gewaltige Thema der Endzeit sprechen wollen, so sind wir uns ja klar, dass im Rahmen dieser Wochenendfreizeit, die ihr habt, dieses Thema begrenzt und eingebunden ist, über das, was ihr hier in Gruppenarbeit und Seminaren besprecht. Also wenn man jetzt das Thema Endzeit entfalten wollte, müsste man gewiss eine Bibelwoche von zwölf oder zehn Verkündigungsstunden von je anderthalb Stunden Länge haben, um das einigermaßen auszuschöpfen. Nun möchte ich aber, nachdem wir gestern und vorgestern, schon gestern und heute Morgen, schon etwas Grundsätzliches über die Endzeit gehört haben, doch jetzt mir in einzelne Aussagen der Bibel gehen, die und versuchen, von diesem Grundsätzlichen, was die Bibel über die Endzeit sagt, eine Verbindung zu finden von dem, was ihr hier in der Gruppenarbeit vormittags und nachmittags beziehungsweise abends durchnehmt. Und da ist mir dieser Text aus Matthäus 24 sehr wichtig geworden und ich möchte jetzt in diesem Text mit einigen Vorbemerkungen einleiten. Als erstes ist mir Folgendes wichtig. Im 15. Jahrhundert lebte in England ein berühmter Weltumsegler mit Namen Sir Francis Drake. Dieser gute Mann hatte damals die Weltenmeere umsegelt. Bedenkt bitte, 15. Jahrhundert, also in der Zeit, wo Kolumbus Amerika entdeckte, vielleicht etwas später. Und er kommt nach einer dieser großen Weltmeerreise nach Hause zurück, segelt mit seinem Schifflein die Thämse hoch, soll vom englischen König empfangen werden, ist da irgendwie kurz vor London, wie eben dort die Begebenheiten sind. Die Thämse fließt ja bekanntlich durch London und nun erhebt sich ein fürchterliches Ungewitter. Und nun steht dieser berühmte Weltumsegler mit seinen Sturm- und kampferprobten Matrosen und Offizieren an Deck und nun kämpfen sie gegen den Sturm und sie drohen buchstäblich die Heimat vor Augen, dort unterzugehen bei diesem Unwetter, welches dort über die Thämse hinweg tobt. Und da ruft dieser Weltumsegler seinen kampferprobten Matrosen und Offizieren zu, Männer, das darf nicht wahr sein, dass wir die welchen Meere durchkreuzt und durchflügt haben, sind jetzt einige Meter vor der Heimat und sollen hier vor der Küste Londons untergehen. Es darf nicht wahr sein, wir müssen durch. Und dann haben die Männer noch einmal ihre Kräfte zusammengenommen, vielleicht haben sie auch zu ihrem Gott geschrien, weil es ja früher noch eine christliche Seefahrt gab und siehe da, durch dieses Ungewitter hindurch hat dieser Weltumsegler sein Schifflein noch einmal zum rettenden Ufer gebracht und ist von ihrer königlichen Majestät königlich belohnt worden. Ihr Lieben, warum erzähle ich euch das? Weil ich der persönlichen Überzeugung bin, dass genau das die Situation der Gemeinde Jesu ist. Die Gemeinde Jesu wird ja oft als ein Schifflein bezeichnet, welches über das Weltenmeer fährt, dem sicheren Hafen zu. Unser ganz persönliches Leben ist so, das Leben einer Ortsgemeinde ist so und das Leben der weltweiten Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Die Gemeinde Jesu hat nach den Verheißungen des Herrn eine derartige Zusage, dass die Pforten des Hades, des Totenreiches, Luther übersetzt Hölle, nicht überwältigen können. Die Gemeinde Jesu ist das Schifflein auf dem Weltenmeer seit rund 1900 Jahren. Und wenn das stimmt, was wir gestern Abend und heute Morgen aus Gottes Wort über die Endzeit gehört haben, dass wir am Ende der Endzeit angelangt sind, dass wir von dem großen Endzeitzeichen Israel her sagen können, wir können Jahr für Jahr damit rechnen, dass der Herr Jesus Christus seine Gemeinde entdrücken wird. Wenn das stimmt, ihr Lieben, dann geht es uns wie diesem Weltumsegler Sir Francis Dreeck mit seinen Männern. Er war kurz vor der Heimat, sieht die Küste, sieht die Menschen, sieht die Stadt London und droht unterzugehen. Und so geht es uns. Wir stehen kurz vor der Entrückung der Gemeinde, vor der Entrückung der Gemeinde in der himmlischen Herrlichkeit und der Satan hat zu einem Generalangriff gegen die Gemeinde Jesu geblasen, einen Kampf gegen die Gemeinde Jesu gestartet, dass man heute den Millionen und Abermillionen von Gläubigen in der Welt zurufen muss. Aber Kinder Gottes, das darf doch nicht wahr sein. Die Gemeinde Jesu hat 1900 Jahre auf diesem Weltenmeere durchstanden. Die Gemeinde Jesu hat das grausame Zeitalter eines Kaisers Nero und der nachfolgenden Verfolgung überstanden. Die Gemeinde Jesu hat das grausame Mittelalter überstanden, wo nach der Aussage der katholischen Inquisition 24 Millionen Ketzer umgebracht sein sollen in Europa und in den südamerikanischen Kolonien. Das soll Lorenzo, der letzte Sekretär der katholischen Inquisition, veröffentlicht haben. Ich habe es durch einen Professor Philipp mal gehört, ich habe es leider nicht schriftlich. 24 Millionen Ketzer. Und diese als Ketzer bezeichneten Menschen sind doch unsere Brüder und Schwestern im Glauben gewesen, die man zu 100.000 und zu Millionen umgebracht hat. Und das alles hat die Gemeinde Jesu überstanden. Wenn wir an die Gläubigen denken, die seit 200 Jahren in Russland leben, die 70 Jahre kommunistisches Staatsgefängnis von 1917 bis heute überstanden haben, wenn man daran denkt, dass der Weg der Gemeinde Jesu gezeichnet ist mit dem Blut der Märtyrer. Und je mehr Märtyrerblut geflossen ist, umso mehr ist die Gemeinde stark und gebaut worden. Wenn man nur bedenkt, wie viel Blut in Afrika geflossen ist, wie viele Missionare ihr Leben für den schwarzen Kontinent geopfert haben. Sie hatten kaum das Land betreten, da sind sie schon an Malaria dahin gestorben. Und je mehr Missionarsgräber zu sehen war, umso mehr breitete sich die Erweckung aus. Wenn man sich das alles vor Augen führt, seit 1900 Jahren ist die Gemeinde durch diese Welt durchgekommen. Und nun, ihr Lieben, kommt der große Augenblick. Wir stehen buchstäblich am Vorabend der Entrückung. Es heißt einmal im Jakobusbrief, der Richter steht vor der Tür. Ihr Lieben, ihr müsst das Wort so nehmen, wie es geschrieben steht. Denkt doch mal bitte an die Tür. An die Tür jetzt zu diesem Saal, in dem wir sind. Und da steht einer vor der Tür. Was muss der denn tun? Der muss nur noch an die Tür tippen, dann geht es ja auf und dann ist er da. Und genauso ist es bei unserem Heiland. Unser Heiland, ich möchte fast sagen, er steht ja gar nicht mehr vor einer Tür. Da ist ja nur noch ein seidener Vorhang. Die Distanz zu seiner Wiederkunft ist ja so kurz geworden, dass ich von meiner bescheidenen Schrifterkenntnis und von den Israel-Besuchen, die ich bisher hinter mir habe, mich immer wieder frage, ihr Lieben, was soll denn eigentlich noch erfüllt werden, wo wir als Gläubige sagen müssen, also jetzt ist es endlich soweit, das und das und das hat sie erfüllt. Jetzt kann der Heiland kommen. Ihr Lieben, ich frage euch, was soll sich noch erfüllen? Erstens, wenn ihr in die Völkerwelt schaut, soll die Gottlosigkeit noch mehr überhand nehmen. Die Schamlosigkeit. Ihr Lieben, wenn die Leute von Sodom und Gomorra heute durch unser christliches Europa gingen, die würden vor Scham erröten. So was hat es in Sodom und Gomorra nicht gegeben, was es bei uns heute gibt. Und ich frage euch, soll es noch schlimmer werden? Zweitens, was soll sich eigentlich in Israel noch erfüllen? Ich frage euch, was soll da noch geschehen? Es leben zwei, erst 3,5 Millionen Israeliten im Lande der Väter. Und es sind noch über 10 Millionen außerhalb des Landes. 6 Millionen in Amerika, über 2 Millionen in Russland. Das wissen wir, aber ich frage euch von den Verheißungen der Bibel nach Hesekiel 37 als ein Beispiel. Was soll sich in Israel noch erfüllen? Hesekiel 37 sagt, die Totengebeine kommen zusammen. Erste Etappe. Hesekiel 37 sagt, Hautfleisch, Atem wächst darüber. Zweite Etappe. Und zwischen der zweiten und dritten Etappe steht, aber es war noch kein Odem in ihnen. Das ist jetzt. Es ist noch kein Odem in ihnen. Und dann muss Hesekiel ein drittes Mal weiss sagen, dann kommt Odem in sie. Ja, wann kommt denn der Lebens-Odem in sie? Wir lieben doch erst, wenn der Messias wiederkommt, wenn der Jesus Christus auf dem Ölberge erscheint. Und jetzt haben wir nach Hesekiel 37 die ersten beiden Etappen. Der nationalen Wiederauferstehung Israels so restlos erfüllt, dass von den 21 arabischen Staaten, die Israel eingekesselt haben, kein einziger alleine in der Lage ist, Israel militärisch zu besiegen. Und man kann sich ja ausrechnen bei 3,5 Millionen Menschen ein, wie viele paar hunderttausend Soldaten die wohl auf die Beine kriegen. Wie ist so etwas möglich? 21 arabische Staaten mit circa 145 Millionen gut ausgerüsteten Ländern mit viel allen Öldollars und was ihnen alles zur Verfügung steht. Die besten russischen Waffen, die besten französischen Waffen, die besten amerikanischen Waffen. Warum sind die nicht in der Lage, dieses kleine Völklein auszulöschen? Erklärt mir das mal bitte. Und je länger ich durch Israel fahre, umso mehr muss ich sagen. Uns geht es wie dem englischen Weltumsegler die Küste zum Greifen vor der Heimat. Je mehr ich durch Israel fahre, umso mehr frage ich mich, was soll sich hier eigentlich noch erfüllen? Hier hat sich doch das erfüllt, was die Propheten geweissagt haben über die Wiederaufrichtung der Staates und des Volkes Israel. Auf was warten wir noch eigentlich in der Völkerwelt? Soll die Sünde noch grausamer werden? Soll die Nacktheit noch schlimmer werden? Soll das Morden und Lügen und Stehlen noch mehr überhand nehmen? Ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung. Wir stehen ganz, ganz, ganz kurz vor der Entrückung der Gemeinde. Und darüber müssen wir noch mal extra sprechen. Die Entrückung ist ja ein Geheimnis. Und wenn wir auch kein Griechisch sprechen, wissen wir sofort, wenn ich ein griechisches Wort erkläre, was es bedeutet. Das griechische Wort Geheimnis heißt Mysterion. Was ist ein Mysterion? Ein Mysterion ist ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Weiß keiner, was das ist. Wenn Sie es wissen würden, wäre ja ein Geheimnis. So primitiv denken wir. Stopp, stimmt nicht ganz. Stimmt nicht, warum nicht? Ein Mysterion ist ein Geheimnis, was nur Eingeweihte wissen. Die anderen wissen es nicht. Das ist ein Mysterion. Es gibt ja, es gab ja im alten römischen Weltreich Mysterienreligionen. Was waren das für Religionen? Das wussten nur die Eingeweihten. Was ist ein Mysterion? Was will das griechische Wort sagen? Es ist ein Geheimnis, das nur die Eingeweihten wissen. Was ist die Gemeinde selbst? Ein Geheimnis. Epheser 5. Was ist die Entrückung? Ein Geheimnis. Wer weiß um dieses Geheimnis? Die Eingeweihten. Wer sind die Eingeweihten? Die wahren, wiedergeborenen Gläubigen, die bei der Entrückung dabei sind. Also, die Entrückung ist ein Geheimnis. Und so ist auch der Zeitpunkt der Entrückung ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Der Herr hat es uns mit Bewusstsein verschwiegen, wenn er kommt. Und warum hat er es verschwiegen? Weil wir nicht anfangen sollen auszurechnen, sondern weil wir jeden Tag bereit sein sollen. Und ihr Lieben, wer jemal die Offenbarung durchstudiert hat. Ich habe jetzt seit letztem Jahr von Januar bis Januar, also ungefähr in zwölf Monaten, dreimal die Offenbarung durchstudiert. Und dreimal in drei Bibelwochen gepredigt. Mit je zwölf Vorträgen von ungefähr jedem Vortrag anderthalb Stunden. Und je mehr ich mich in die Offenbarung hinein vertieft habe, habe ich eines festgestellt. Was ab Offenbarung 6 geschrieben steht, da muss nach meiner Kenntnis die Gemeinde längst weg sein. Es gibt viele liebe Brüder, die haben andere Kenntnisse. Ich schätze sie. Aber ich bitte diese Brüder immer, sie mögen auch meine Kenntnisse schätzen. Wenn ihr nämlich ab Offenbarung 6 bis Offenbarung 19 lest, dann stellt ihr eines fest. Das heißt, man muss die Offenbarung plastisch lesen. Was heißt plastisch? Plastisch heißt, dass die Offenbarung von oben her von Gott in einer Schau gesehen ist. Wie ein Lichtgegel von oben plastisch auf etwas herabfällt. Dass aber Johannes die große Mühe hat, das was ihm die göttliche Schau plastisch gibt, das muss er Wort für Wort nacheinander aufschreiben. Und wir denken, ach, da ziehen sich ja Jahre und Jahrzehnte hin. Was da alles nacheinander berichten muss, da müssen ja viele Jahre vergehen. Irrtum hier liebt. Ich glaube, dass diese berühmten zweimal dreieinhalb Jahre der sogenannten siebten Jahrwoche, dass die zwischen Offenbarung 6 und Offenbarung 19 zu finden sind. Nur Johannes hat immer die Mühe, das hintereinander zu schreiben. Und nun stelle ich euch die Frage, ihr Lieben. Schauen wir doch mal hinein in die Offenbarung, Kapitel 6, Kapitel 9. Wir stehen doch schon kurz vor diesen schrecklichen Gerichten. Es ist doch heute schon möglich, dass der Mensch in der Lage ist, diese Gerichte beizuführen, wo es Offenbarung 6 heißt, ein Viertel der Menschheit wird getötet. Und Offenbarung 9 heißt es, ein Drittel der Menschheit wird getötet. Wir leben doch heute schon in der Zeit, wo das möglich ist, dass man mehr als ein Viertel und als ein Drittel der Menschheit auslöschen kann. Also kommen wir wieder zu dem einen Punkt. Wir kommen immer wieder zu unserem Freund, dem englischen Weltumsegler, zurück. Die Heimat greifbar vor Augen, man könnte sagen Bruchteile von Augenblicken vor der Entrückung. Wann ist die Entrückung? Die kann heute sein, die kann morgen sein, die kann in diesem Jahr sein, die kann im nächsten Jahr sein, die kann in diesem Monat sein, die kann übermorgen sein. Nach meiner Kenntnis sind wir so nahe davor. Aber nun die Frage. Und heute Abend geht es ja um dies seelsorgerliche Anliegen. Ich werde dann morgen ein ganz anderes Thema haben. Aber nun um das seelsorgerliche Anliegen. Wenn wir so nahe vor dem Kommen unseres Herrn sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sind wir auf dieses Kommen bereit. Ich darf nochmal ganz kurz wiederholen. Matthäus 24, 4 bis 14, der Niedergang der Völker. Mit den Völkern geht es abwärts. Wir haben ja einiges davon gehört. Dann Matthäus 24, 15 bis 36. Mit Israel geht es aufwärts. Der Feigenbaum beginnt blättern. Also was da gestirben steht in Matthäus 24, das kann ich jetzt nicht auslegen, weil es nicht in unser Thema gehört. Aber das ist uns klar, wenn wir das überblicken. Matthäus 24, 15. Groll der Verwüstung. Heilige Städte. Das ist Jerusalem. Das ist der Tempel. Denn Daniel hat niemals die neutestamentliche Gemeinde gesehen. Vers 16, wer im jüdischen Lande ist. Das ist doch nicht die Gemeinde. Da müsste ja die Gesamtgemeinde ins jüdische Land auswandern. Die Millionen von wiedergeborenen Gläubigen. Die müssen plötzlich alle in Israel einwandern. Hier merken wir, hier geht es um das Volk Israel in der Endzeit. Wer auf dem Dache ist, Vers 17. 98% aller Dächer in Israel sind flach. Wie überhaupt in den orientalischen Ländern. Oder Vers 20, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe. Ja, Lieben, was haben wir denn mit dem Sabbat zu tun? Absolut gar nicht. Komm doch noch mal nach Israel, wie man da den Sabbat hält. Als wir jetzt letzten Sabbat dort waren, wir sind am 15. April zurückgekommen. Und am 14. April war Sabbat. Dann denke ich nur, ja, so. Wer weiß, wie lange deine liebe Mutter noch lebt. Ruf mal zu Hause an. Sie hat heute Geburtstag. Tja, sagt der Hotelier, tut mir leid, es ist Sabbat. Heute können Sie doch nicht telefonieren. Sie sind doch im religiösen Hotel. Aber lieber Mann, sind Sie doch mal vernünftig. Meine Mutter hat heute Geburtstag. Interessiert mich gar nicht. Es ist Sabbat. Rufen Sie doch heute Abend an, wenn die Sonne untergegangen ist. Wenn der Sabbat vorbei ist. Der Lieben, das muss man mal miterleben. Hat so eine kleine Mitfahrerin, also eine Familie war da mit. Vater, Mutter und elfjährige Tochter. Und nun hat die Geburtstag. Während der Israelreise wird sie zwölf. Naja, und man fragt den einen Hotelier, wir sind inzwischen vielleicht woanders. Das Kind hat morgen Geburtstag. Könnte man dem nicht so eine kleine Torte mit so ein bisschen Licht, um den man das so macht. Sagt er, morgen, wieso das macht man heute? Ja, warum denn heute? Ja, wissen Sie nicht, dass der Tag in Israel schon am Vorabend beginnt. In Israel feiert man Geburtstag anders. Nicht, der Sabbat, der fängt bereits am Freitagabend an. Und wenn dieses Mädchen nach unserer Rechnung morgen zwölf wird, nach israelischer Zeitrechnung wird sie heute schon zwölf. Also müssen wir das über uns ergehen lassen beim Abendbrotessen. Auf einmal geht das Lied aus. Und alles fängt an zu singen, Happy Birthday to you. Und dann haben 58 Leutchen gesungen. Und das Mädchen war ganz verdattert. Ja, ich habe doch erst morgen Geburtstag. Nein, heute hast du Geburtstag. Die israelische Zeitrechnung ist anders. Und nun könnt ihr euch durch dieses Land führen, wie man dort den Sabbat hält. Wie man den großen Versöhnungstag, wenn dieser große Sabbat ist, da dreht sich kein Kinderwagenrad in Israel. Da dreht sich kein Fahrrad in Israel, kein Autorad. Da ist kein Fernsehprogramm, da erscheint keine Zeitung, da ist alles tot. Da wird 25 Stunden in den Synagogen gefastet. 80% der Bevölkerung geht in die Synagogen. Da ist Sabbat. Absoluter Sabbat kann man sich gar nicht vorstellen. Aber hier steht es geschrieben. Bitte, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehen. Am Sabbat darfst du deine Mutter nicht zu Hause anrufen, wenn sie Geburtstag hat. Am Sabbat darfst du keinen Brief schreiben. Am Sabbat geht das nicht. Am Sabbat ist in Israel Sabbat. Also, ihr Lieben, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Matthäus 24, Abvers 15 ist klar. Was hier geschrieben steht, auch die Auserwählten, das ist der gläubige Überrest aus Israel. Das hatten mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Aber nun wird es interessant. Jetzt geht es wieder zu uns. Kommt der Text zu uns zurück. Vers 37. Und das war genau das, was wir heute Morgen begannen miteinander zu besprechen. Aber gleich wie es zu den Zeiten Noas war, also wird auch die Parousie des Menschensohnes sein. Hier haben wir wieder das berühmte Wort Parousie, was Luther mit Zukunft übersetzt. Das griechische Wort Parousie, die persönliche Ankunft des Königs. Wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Aßen, tranken, freiten, ließen sich freien. Bis an den Tag, da Noah zur Arche einging. Und sie achten es nicht, bis die Sintflut kam und nahmen sie alle dahin. Bitte lesen, was hier geschrieben steht. Alle. Also. Jetzt wird es interessant. Wo Luther also übersetzt, steht das kleine griechische Wörtlein Huthos. Also hat Gott die Welt geliebt. Was heißt das? Huthos, was Luther mit also übersetzt, heißt, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Auf welche Weise, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Genau das steht hier. Also, das heißt, auf diese Weise, wie es das seit Noahs war, wird auch die Parousie des Menschensohnes sein. So wollen wir mal hören, wie sie sein wird. Vers 40. Es werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Keiner weiß, wann es ist. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Und wenn der Herr am ersten Auferstehungstag kommt, oder am zweiten Ostertag, oder wie wir das ausdrücken wollen, am zweiten Weihnachtstag, es ist ein ganz normaler Tag auf dieser Welt, wenn der Herr kommt. Zwei auf dem Felde, eine angenommen, der andere verlassen. Das heißt, in der Stunde der Entrückung wird offenbar, wer wahrhaft wiedergeboren und erlöst ist, durch das Blut des Lammes und durch den Heiligen Geist. Da geht die Scheidung mitten durch das durch, was sich Christ nennt. Mitten durch die Gemeinde durch, die sich Gemeinde nennt. Und es wird offenbar, dass nicht alle, die sich gläubig nennen, gläubig sind. Natürlich, die gläubig sind, die wiedergeboren sind, die sind dabei. Denn der uns dazu bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Wer den Heiligen Geist hat, ist dabei. Das ist eindeutig. Aber für uns ist es eben heute nicht eindeutig. Wir sehen viele Menschen als gläubig an, die vielleicht doch nicht richtig wiedergeboren sind. Die vielleicht seelisch angeritzt sind. Die vielleicht eine verstandesmäßige Bekehrung erlebt haben. Die vielleicht eine seelische Bekehrung erlebt haben. Und das, ihr Lieben, ist von vornherein in unserem Text heute Abend das seelsorgerliche Anliegen. Noch einmal zurück zu unserem englischen Weltumsegler. So kurz vor der Heimat. Wir als Gemeinde stehen nach 1900-jähriger Gemeindegeschichte. So kurz vor der Entrückung. Und nun stelle ich dir die Frage. Bist du wahrhaft wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Bist du dabei, wenn der Jesus kommt, gehörst du zu denen, von denen es hier heißt? Einer wird angenommen. Ein interessantes Wort. Wer wird angenommen? Der, der angenehm gemacht ist in dem Geliebten, heißt es im Epheserbrief. Und wir sind in dem geliebten Sohn Gottes Jesu Christi durch sein Blut annehmbar gemacht. Der Herr kann bei der Entrückung nur die annehmen und nur der wird angenommen, der durch das Blut des Lammes Gottes annehmbar gemacht geworden ist. Und der nach Römer 8, 29 umgestaltet wird in das Bild des Erstgeborenen. Das ist die Frage, oder am? Ich könnte jetzt von den 17 Jahren meines Gemeindedienstes reden. Und ich könnte jetzt mal die Frage stellen, gibt es so etwas, dass sich Menschen als Wiedergeborene ausgeben und doch nicht wiedergeboren sind? Da müsste ich sagen, also was ich so erlebt habe, ich könnte mir so die Entrückung vorstellen. Dass der Herr kommt und plötzlich, 1. Korinther 15, sagt, in einem Atom sind sie beim Herrn. Ein Atomos. Und ihr wisst ja, ein Atom ist etwas, etwas Unteilbares. Das griechische Wort Atomos heißt unteilbar. Und wenn der Herr kommt, er kommt in einem Zeitabschnitt, der unteilbar ist. Ist uns klar. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das sein wird, wenn ich so an die Jahre denke. Gut, ich bin wieder als Evangelist gereist, aber ich war eben doch 17 Jahre ganz schön in der Gemeinde tätig. Ein junger Mann kommt zum Glauben an den Herrn Jesus. Nun, ich habe so einen Werdegang nicht miterlebt. Er kommt dann in die Gemeinde, wird erweckt, gibt sich ganz neu dem Herrn Jesus hin. Und hat, wenn er mit in der Gemeinde wird, in der Jugend, in der Kinderarbeit, in der Bibelstunde, hat vom Herrn eine Gabe. Da kann man nur staunen. Mir klingen heute noch manche Worte in den Ohren. Wir haben damals 1. Mose 28 durchgenommen. Ich habe mir was in meine Bibel geschrieben. Was der gute junge Mensch für eine Erkenntnis hat. Jetzt wollen wir mal schauen, wo der gute Mann herkommt. Er kommt aus einer Familie, wo Okkultismus vorliegt. Er hat vor seiner Bekehrung mit transzendaler Meditation zu tun gehabt. Seine 14-jährige Freundin auch, mit der er lustig gelebt hat, in leiblicher Weise. Beide natürlich auf der Oberstuhle. Sehr gebildet. Konnte Lateinisch und was weiß ich alles. Und nun kommt er zum Glauben. Wo kommt er zum Glauben? Er kommt zum Glauben in der charismatischen Bewegung. Und das Interessante ist, was er mir erzählt hat, und was ich von diesem ganzen Kreis erfahre. Sie haben sich täglich durch Handauflegung gesegnet. Und der dort einer der führenden Leute war in dieser Bewegung. Hatte lange Zeit mit der Homosexualität zu tun. Aber es lief alles, wir segnen uns, wir reden in Zungen, wir kommen zusammen. Ich wusste das alles nicht. Es kam alles viel später raus. Jedenfalls kommt er zu uns in die Gemeinde. Und die beiden sind noch gar nicht verheiratet. Und sie möchten in die Gemeinde aufgenommen werden. Naja, man spricht mit den Leuten. Man beobachtet die beiden so. Und dann, wenn man so älter wird und so im Reiche Gottes tätig ist, dann kriegt man langsam seinen Blick. Dann sage ich eines Tages zu ihm, hör mal zu, mein lieber Bruder. Also das Mädchen, das du heiraten willst, das ist aber keine junge Frau mehr. Erst wurde er leichenblascht, dann wurde er knallrot im Gesicht. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Wir haben eben vorher, wir kannten das nicht anders zusammen gelebt. Und als wir dann in der charismatischen Bewegung gläubig wurden, da sind wir zu einem gläubigen Professor gefahren, haben das alles vorgetragen. Und dann hat er gesagt, wenn ihr sowieso heiraten wollt, dann könnt ihr ruhig weiterleben. Aber wir müssen so schnell wie möglich sehen, dass ihr heiratet. Also sag ich mal zu, entweder machst du radikal Schluss oder es geht vor die Gemeinde und du fliegst raus. Naja, es gab einen fürchterlichen Krach zwischen ihm und seiner Freundin, aber hat er sehr beherzigt. Er versuchte radikal mit ihr Schluss zu machen und hat auch, soweit ich das überblicken kann, das Zimitreu durchgeführt, aber er scheiterte an ihr. Sie wollte nicht Schluss machen, da hat sie gesagt, dann heiraten wir eben. Naja, dann haben sie geheiratet. Dann war sie so anderthalb Jahre verheiratet. Dann besuche ich sie eines Tages. Ich möchte jetzt die Namen nicht nennen. Ich sage, wo ist denn dein lieber Mann? Der ist heute abends im Tischtennis spielen. Und, naja, man fragt, so wie es so geht hier. Wir werden uns wohl scheiden lassen. Die geht tanzen. Also Dinge, ich denke, mir geht der Boden unter den Füßen weg. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind heute geschieden, erlebt mit einer geschiedenen Frau unverheiratet. Und sie hat einen anderen Mann geheiratet, hat ein Kind, soweit ich weiß. Wir haben uns die Schuhsohlen abgelaufen. Es war nichts mehr zu machen. Man hat so einige Jahre den Kontakt verloren. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ach, mein lieber Freund steht vor der Tür. Ja, sagt er, wissen Sie, ich bring's nicht übers Herz. Ich hab sie jetzt ein paar Mal in der Stadt gesehen. Ich hab sie ja mal auf der Autobahn im Auto gesehen. Ich muss doch noch mal mit Ihnen sprechen. Naja, jetzt sprechen wir lange hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt, dann wissen Sie, ich kann nicht mehr zurück. Sag, warum nicht? Sag, ob Sie mir's glauben oder nicht. Ich habe etwas in mir. Ich kann im Straßenverkehr die Augen zumachen. Und ich kann blind Autofahren. Es passiert kein Unfall. Als ob eine fremde Macht mich steuert. Halt's offen. Na, aber da liegt was vor. Ja, seine Freunde beten immer noch für ihn. Besonders die da in der Gemeinde sind, wo ja mal eine gewisse Zeit gewesen ist. Jetzt könnte ich alles aufzählen. Alles, was er in der Gemeinde hat, über sich ergeben lassen. Hat sich losgesagt von der charismatischen Bewegung. Hat sich taufen lassen. Hat alles gemacht. Also, man möchte sagen, ein Bilderbuch Christ. Und das ist aus ihm geworden. Nun stelle ich euch die Frage. Wie ist so etwas möglich? Wie ist so etwas möglich? Entweder ist dieser Mensch von vornherein betrogen gewesen. Dass er so verdreht worden ist durch all diese finsteren Mächte. Mit diesen ewigen Handauflegungen und Segnungen und Zungenreden und alles, was sie hinter sich hatten. Dass man sagen muss, also, dieser Mensch hat nie eine echte Wiedergeburt erlebt. Aber wie kann er dann so mit in der Gemeinde Dienst tun und so mitwirken? Und wie kann er so lange frommes Theater vorspielen? Nun, wir können keine Antwort darauf geben. Wir müssen es dem Herrn überlassen. Aber hier steht geschrieben, einer wird angenommen. Der andere wird verlassen werden. Und nun könnten wir die anderen Bibelstern noch hinzufügen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist jetzt ein Beispiel, was ich euch jetzt erzähle. Was habe ich erlebt von Menschen, die Vorgaben bekehrt und erlöst, unwiedergeboren zu sein? Und nach Jahren hat man die haarsträubendsten Dinge erfahren. Es gibt eine ganz bestimmte Schicht im Raum der Gemeinde Jesu, wo wir weder die Wiedergeburt zusprechen, noch die Wiedergeburt absprechen können. Wir müssen es einfach so annehmen. Sie bekennen, gläubig zu sein. Sie lieben den Herrn Jesus. Und hier sagt die Schrift, die Entrückung wird es offenbar machen. Und nun stelle ich euch die Frage, wie wird es denn bei euch sein, wenn nun der Herr kommt? Und die Entrückung findet statt. Hier steht, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Ich springe jetzt mal gleich zum 42. Vers. Da heißt es, wachet. Zum 44. Vers seid bereit. Und zum 45. Vers ein treuer und kluger Knecht. Frage. Was heißt wachen? Was heißt bereit sein? Was heißt ein kluger und treuer Knecht sein? Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommt. Was heißt wachen? Ich lege die Bibel durch die Bibel aus. Und gehe mal zurück in das Buch des Hohen Liedes. Und im Buche des Hohen Liedes lese ich etwas vom Wachen. Da heißt es im Hohen Lied, Kapitel 5, Vers 1. Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Da ist die Stimme meines Freundes. Der anklopft mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Fromme. Und so weiter und so fort. Also, hier wird gesagt im Hohen Lied. Ich schlafe, aber mein Herz wach. Was heißt das? Wir haben ja bekanntlich Zwillinge. Und wenn man so zwei Kinder auf einmal hat, wenn sie klein sind, doppelte Freude, doppelte Arbeit. Und ich erinnere mich an die ersten Jahre, wir waren ins Ruhrgebiet gekommen, hatten dort unseren Dienst angefangen. Und abends waren wir ziemlich geschlaucht. Nicht nur nach dem Dienst, sondern wenn man so zwei hat, nicht? Der eine bricht, der andere bricht, der eine hat die Hose voll, der andere hat die Hose voll. Und dann sind wir alles doppelt. Und wenn dann der Abend kommt, dann fallen wir beide todmüde ins Bett. Dann hatten wir so ein schönes, so ein altes Haus, so einen neunmitteilangen Flur. Und die Tür war natürlich offen, unsere Schlafzimmertür war offen, die Kinderzimmertür war offen. Und die beiden kleinen Geister, die schliefen da hinten. Und meine Frau hat einen enorm tiefen Schlaf. Da konnte das Telefon gehen, da konnte es an der Haustür klingeln. Da war sie nicht mehr wach zu kriegen. Aber wehe, wenn da neun Meter im Hintergrund einer von diesen beiden einen Gax von sich gab. Wie der Blitz aus dem Bett, die neun Meter über dem Flur und sie war im Kinderzimmer. Im Moment mal. Mutti, du bist doch todmüde. Du hörst kein Telefon, du hörst keine Tür klingeln, wenn da abends einer kommt. Ich weiß noch einmal, wir saßen heiligabend mal zusammen und dachten mir, jetzt sind wir mal ein bisschen privat unter uns. Ihr wisst ja, wer das so im Gemeindedienst ist. Das ist man immer durch die lieben Geschwister gefordert und durch andere Menschen. Auf einmal klingelt es Punkt, acht Uhr an der Tür. Wir gucken uns an, naja, da steht so ein Landstreicher vor der Tür, der möchte mit uns heiligabend feiern. Naja, da sind wir uns gefeiert. Bis neun oder viertel nach neun. Und das war dann unser heiligabend mit dem Landstreicher. Und so war das eben. Naja, und das ist eben Gemeindedienst, so das kennt ihr ja. Also wenn Mutti schlief, dann war kein Landstreicher, der konnte klingeln, wie er wollte, dann hört ihr nichts. Aber wenn die Kinder da hinten, dann sauste sie über den neun mit der langen Flur. Also ich weiß gar nicht, wie schnell das alles ging, wie schnell so eine Mutter das begreifen kann. Und dann fing ich an, die Bibel zu begreifen. Hier heißt es, ich schlafe, aber mein Herz wach. Das bedeutet, die Mutter schläft leiblich, aber ihr Herz ist bei den Kindern. Wie oft habe ich das im Zweiten Weltkrieg gehört? Die Mütter schliefen zu Hause in der Heimat. In Wirklichkeit war ihr Herz bei den Söhnen an der Front, die irgendwo in Russland gekämpft haben. Und wie oft habe ich Mütter gehört, dass sie für ihre Söhne plötzlich nachts aufgewacht und geschrien und zu Gott gebetet haben, weil sie irgendwie der Geist Gottes aufmerksam machte, dass sie in einer großen Gefahr waren. Ihr Lieben, die haben uns verstanden. Man kann körperlich schlafen, aber man ist geistlich wach mit seinem Herz. Und genau das sagt hier die Bibel auf unserem Glaubenzustand. Wir sind mitten in dieser Welt körperlich. Wir arbeiten, wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir fahren in Urlaub, wir haben Freizeit. Aber wo ist unser Herz? Unser Herz ist im Himmel. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wenn der Jesus unser Schatz ist und der Jesus ist im Himmel, das ist unser Herz im Himmel. Und ihr Lieben, das ist nach meiner Ansicht, was hier Matthäus 24 meint. Wache! Wachen heißt, du kannst den ganzen Tag arbeiten, du kannst deine Wohnung putzen, du kannst kochen, du kannst in der Fabrik arbeiten, du kannst Autofahren. Du bist mitten in dieser Welt drin. Aber mit deinem Herzen bist du wie eine Mutter, die zwar nachts todmüde schlafen kann, aber ihr Herz ist wach für ihre Kinder. So heißt nach meiner Erkenntnis Matthäus 24, 42, die Wache. Mitten in der Welt sein, mitten in der Welt seinen Mann stehen, arbeiten, studieren, Kind sein, Erwachsen sein, Vater sein, Mutter sein, Großeltern sein. Alles, was auf uns zukommt, aber unser Herz, das wacht. Das ist auf den Jesus im Gericht. Jetzt heißt es hier, darum seid bereit. Entschuldigt, wenn ich heute Abend die Zeit etwas überziehe, aber das muss hier geklärt werden. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Logisch. Darum seid auch ihr bereit, denn das Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also das ist die einzige Stunde, die man weiß. Das Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jetzt fragen wir die Schrift, was ist das für eine Stunde, wo wir es nicht meinen. Was heißt bereit sein? Wir gehen jetzt von Matthäus 24, 44 zu Vers 10 von Kapitel 25. Und da heißt es, und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren. Die gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, da sie wieder das kleine Wörtlein bereit seien. Noch einmal, Matthäus 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit. Jetzt 25, 10. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren. Was heißt das? Das heißt, dass Gott uns das irdische Leben gegeben hat, damit wir uns in der Zeit des irdischen Lebens nicht im irdischen verlieren, sondern das ewige Leben annehmen sollen. Wenn ein Mensch 70 oder 80 Jahre auf dieser Erde lebt, hat Gott ihm 70 oder 80 Jahre Zeit gegeben, damit er sich um die Ewigkeit kümmern kann. Und das steht in unserem Gleichnis. Die klugen Jungfrauen, die das Öl in dem Gefäß ihres Herzens haben, die sind bereit für die Ewigkeit. Warum? Weil das Öl in dem Gefäß ihres Herzens andeutet, ein ganzes langes Glaubensleben lang. Ob sie nun 10 oder 20 oder 50 Jahre, glaube ich, waren. Haben sich bereitet auf die große Stunde, wenn der Herr kommt. Und die anderen, die das Öl nicht haben, die gehen jetzt in dem Augenblick, wo er kommt, zu den Krämern. Und wollen kaufen. Das heißt, sie wollen sich jetzt bereiten. Das heißt, sie wollen sich jetzt begehren. Das heißt, sie wollen jetzt ganze Sache mit dem Herrn Jesus machen, wenn er kommt. Und das, ihr Lieben, geht nicht. Und das ist das große Geheimnis. Bereitzeiten. Und warum geht es nicht? Was hier der Text nicht sagt, das sagt, wie gesagt, 1. Korinther 15. Der Herr kommt in einem Zeitabschnitt, zu dem die Bibel sagt, in einem Atom. V Bread Desde 9. Korinther 15. Vielen Dank.